Was ist los? Warum bist du nicht mitgekommen? Nichts. Weißt du, Nora stand ihrem Vater immer näher als mir. Sie liebt ihnen über alles. Und deswegen gibt sie mir die Schuld an allem. Wie viele haben denn eigentlich zugesagt? In der Gruppe sind jetzt 70, glaube ich. Was? Wer hat denn das Foto gemacht? Ich habe keine Ahnung. Was willst du mir denn da noch erklären, du krankes Arscher? Du bist hier irgendwo. Das ist doch auch das hier jeder, der seine Handy in der Hand hat, oder nicht? Wie viel willst du rausfinden, wer das war? Halt die Fresse, Mann! Du weißt genau, was passiert, wenn jemand das Foto im Netz findet. Entschuldige, tut es mir allein. Nein, es tut dir nicht leid. Du hast es genossen, ich kenn mich doch. Weißt du nichts mehr mit deinem Künstler-Dasein zu tun, oder was, ne? Also die Situation ist völlig absurd. Sie verliert doch niemals für die Kontrolle. Das weißt du ja. Nächste Mal, die Bulle hat dich! Das hast du immer geschlagen! Das ist doch eine Person! Wir sind in der Gruppe. Verdammt nur noch! Verdammt nur noch! Verdammt nur noch! Du machst alles kaputt! Nein! Das ist doch nicht! Nein! ZEGala- Pun哎! Drive! Wird schafft die Beach? Ich heiße auch. Absolutely. Ich schmeck dir jetzt wieder, und blind. Die Empress-Aperte wird ausgeienden. Die Nummer 5. D Das war's macht Untertitelung des ZDF, 2020